Hören geht, weißt du eigentlich, wo der Sturke der Kinne bringen darf? Ja, wenn du wollen, wollen wir ihn noch vertellen, aber nein, ich weiß nicht. Ha, der bringt ihn mit Rat. Ja auch, Herr Blöck. Der hat Föden in den Köfte, da sitzen die Heilmäul-Kinne an. Aha. Und achten in den Köfte, da sitzen die Kinne an, die nicht so Heilmäul sind. Hm, okay. Und nun sind der für die Kinne, der Föden sitzen, halb so in der Kinne liegen. Kannst du? Nein, das muss ich noch nicht hören. Dann hast du ja auch achten sehen.